Also wie, ja, dann lass es doch so machen, warte. Mach den Laden dicht, mach den Laden dicht. Hey Marvin, kommst du aber zu Fuß, oben auf der Tube auch nicht hoch. Ja. Nee? Nee, nee. Ich check das jetzt. Es ist wie in der Tube, es ist dieselbe Steigung. Ja, ich kann mich ja hochschießen. Alle bereit? Tschüss. Was? Genau, meine Freunde, und sein herzlich willkommen. Heute eine richtig geile Folge GTA, denn wir haben heute einen Stargast dabei. Meine Wenigkeit ist nämlich wieder am Start. Hell wie der Sterne im Himmel, aber wir haben auch Gäste dabei, nämlich der Ares, der nur wird heute und der Deko. Hallöchen. Hallöchen, lieben. Halte heute, wie geht's euch? Bonne. Hallo, muchacho. Es ist ein Kraulen und Hallöchen. Ich bin nicht Deko, ich bin Meko, sein böser Zwillingsbruder. Und heute wird rasiert, Alter. Hallo, Marvin, ich mach dich verkackt, Alter, weil er ist bei irgendeinem Flug. Ja! Boah! Ich bin Marvin! Ich hab hier bei den Getroffenen, der nur gerade ausgefadelt! Scheiße, hey, das muss ich nachladen. Das war doch mutig von mir, war ziemlich geil von mir, das kann man erst so festhalten. Dieser Lachsnacken, ich bin wirklich nur geradeaus gefahren, und er feiert sich wieder durch den Todes! Du hast mich mehr gefeiert, als ich mich. So ein Chakul. Oh, warte, warte, hier, nur treten ist erlaubt, nur treten. Wisst ihr, wie man zutretet? Los, das tut erlaubt ist, Alter! Nur treten fällt Marvin ein, als der mich erschossen hat. Ja, und ich würde gerade hochgespringen. Ey, wie? Richtiger Furz. Ey, wie geht das? Ich schwöre euch, Muchachos, Marvin ist so einer, der furzt abends immer achtmal unter die Decke. Und dann hebt er die Decke an und versteckt sich drunter. Ja und? Machst du das nicht? Genauso. Oh, das geht schon wieder bei Dekor ab. Habt ihr alle den Sprung verkackt? Ja. Die Sprung, diese Dinger da, ne? Ich ebenfalls und hab erstmal übertrieben lange Backstream gehabt. Nice. Verdient, Digga. Oh, ich hab's geschafft. Wie? Was? Ich hab's geschafft. Wie? Wie? Oh, ich auch richtig random. Also ich weiß, wie ich es versuchen werde. Ich hoffe, Marvin verkackt, Alter. Er hat's ganz verdient. Komm, lass uns einmal prügeln. Wir schauen jetzt kurz, ob die anderen da schaffen und dann können wir gerne danach weiterfeuern. Okay, alles klar. Okay? Oh, endlich. Warte. Hallo? Unter da. Ja. Hallo? Hier kommt Dekor. Hallo? Steh auf. Ja, ich bin die Eier. Boom, Junge. Ja! Ey, Hauptsache, wir wollen so ein Duell machen. Ja! Warte. Ja! So, wegklatsch. Also klatschen erlaubt, ja? Klatschen erlaubt. Klatschen erlaubt. Ja! Hallo, ich klatsch mit den Arschbacken. Hallo, Marvin. Digga, Hauptsache, er trifft nicht, wer da zwei Meter vorm ist. Boom! So, seid ihr bereit? Klatschen erlaubt, ne? Ja, der Unterschied ist, ich mache keinen krassen Kill, aber ich feier mich natürlich für totes. Warte mal. Der einfach so'n Kill auf so'n Stillstand-Typen macht. Und dann... Boah, mein Entschutz, Junge! Boah! Kann man das für Platz machen? Oh, der war aber schon richtig geil, Alter. Der war schon richtig Killermäßig, ey. Killer-Botter. Digga, ich bin nur geradeaus. Er feilt sich immer noch dafür, Alter. Oh. 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 Wie kommt man da hoch? Nein! 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 Still worth it. Seh ich einfach eins von meinen anderen Motorrädern hier. Steige gerade auf, richte mich richtig aus und da kommt Marvin. Ja, ja. Hä? Du lebst doch? Hä? Du lebst einfach runter. Hä? Hä? Ich habe gerade Marvin outplayed, Alter. Hauptsache, du springst mit dem Motorrad runter und plötzlich zappt er sich einfach irgendwie neben mich, ey. So ein Chaco, ey. Ja, klar. So, ich try harder jetzt. Jörg, was war das denn noch machen? Gar! Nein! Zu gut. Nein, nein. Ich muss irgendwie vorbei. Digga, gib doch Gas, Alter! Los! Fahr doch, du Mistkröte! Okay. Digga, Ara ist schon richtig krass am Tryharden hier. Hallo. Hallo, Mr. Ara ist. Oh, Junge, das ging ja richtig gut. Wie kommt man denn da hier vorbei? Hier an der Seite? Ja, an der Seite. Ganz langsam. Nein! Ey! Ich bin drauf und er fällt wieder runter, ne? Ey! Wie? Wie geht das denn? Okay, ich mach das falsch. Ich muss da vorher rüberspringen. Nein! Nein! Weg da, weg da! Alles! Ey, das ist mein Motorrad. Weg da! Weg mit dir! Ich werde so rüber springen, Rico! Unfair gehandelt! Unfair gehandelt! Wer hat unfair gehandelt? Alles! Ich brauch sein Bike! Und dann gewollt er das aus. Und dich so einfach nicht abgeben. Wow! Alter, was ein geiler Jump, ey! So, okay, jetzt der letzte! Der letzte, der letzte! Komm schon, Babys! Wuuu! Nein! 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 Ey! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Wo ist nochmal der Weihnachtsmann, ey! Hallo! Einmal einen Halskarten, bitte! Hallo! Weihnachtsmann! Der müsste doch frei haben jetzt eigentlich, oder? Digga, wie kommt man da rüber? Warte! Ja, ich hoffe du verkackst, ey! Oh! Hap! Nein! Marvin! Hör auf damit! Nein! Schlagen erlaubt! Du bist so ein schlechter Mensch! Nein! Nein! Ciao! Wie machst du das? Hau mal Marvin da runter! Warum? Dass er da neu spawren muss! Ja, machen wir sofort! Bevor er am Punkt ist! Aris! Aris! Bevor er am Punkt ist! Okay, Aris hat verkackt! Marvin! Ich hab dich ziehen lassen! Der zerfiss dich! Komm her! Siehst du einen Aris? Genau das hast du davon, Aris! Genau das hast du davon! Wenn er sich vorher ficken soll! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter Schwede! Du kleine Ratte, du! Wow! Hä, was ist das? Ja, du glaubst doch nicht... Hallo! Hey! Mein Gott! Fahr doch nicht gegen mich! Ey, Junge! Ich hab auch immer so lange Black Screen! Jetzt fahr dich doch mal an der Nuggets! Ja, dann fahr doch an der Send vorbei! Digga, hebt es immer noch nicht! Aber es war ja klar, dass Deko genau so schlecht ist wie ein Nugget, der seit zwei Jahren kein GTA mehr angefasst hat! Ich hab einfach nach jedem Scheiß-Tot 30 Sekunden Black Screen! Yes! Geht doch! Ist das so schwierig? Nein! Hä? Fahr doch seitlich, du Lappen! Du warte doch! Genau! Fahr seitlich! Ja, er wollt nicht mehr! Warte! Ich dachte, er fliegt rüber! Ich dachte, er fliegt rüber! Digga, ich zieh ihn richtig ab, Alter! Du hätt flex! Hä? Was ist das denn? Genau so hat es immer geklappt, nur im letzten nicht! Aber diesmal klappt es bestimmt so auch beim letzten! Hier, ich fahr da einfach so hoch! Hier, Nugget! Ja! 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 Achso! Ja, weißt du, so! Ok Babes, ich brauch mehr, ich brauch mehr Geschwindigkeit! Ups! Ups! Halt dich auf! Ja! 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 Okay! Wir sind noch hier durch! Oh! Fuck! Okay! Ach! Das Trial-Spiel nach vorne oder was? Ich hab keinen Plan wie das da! Ja! Da habt ihr mir gegenüber Vorteil! Oh! Oh! Das war gerade close hier! Oh! Nugget! Wir loschen das mit dem Treten und dem Hämmern! Ey! Du bist runtergefallen oder was? Mann! Nugget, ey! Mit der Maustaste! X mit der Maustaste! Ja! Hallo! Oh! Kein Blankscreen! Oh! Das ist angenehm! Ah! Hämmern! Hahahaha! Wo willst du denn den Ding? Hallo! Es war ja klar, dass Deko wieder nach vorne schaut! Die kleine dreckige Sackle! Ich bin hier einen Abstand hoch! Ich komme von hier erstmal weiter! Ich bin Marvin! Ich habe Sand in meiner Vagina! Ey! Bleib hier du Lachs! Oh yeah! Ja! Komm doch her Junge! Was tollst du da runter, Alter! Nichts, wo du rankommst! Batz Junge! Backpfeife! Ja! Ja! Das war Aris! Ja! Ist klar! Du hast nur so Deko zusammengeknüppelt, steht da! Ihr habt ja gar keine Ahnung wie man lebt! Wann finden ihr? Er ist meiner! Meiner! Und Double Kill! Deko hat dich niedergeschlagen! Ja boi! Double Kill! Und jetzt drei Mal Marvin nachgelden, Alter! Zack! So, easy! Hey! 6-2, ja? 6-2, Deko! Ich habe also noch 4 Kills gut! Für dich! Außer dem hast du nach vorne getradet! Ich musste dich ab... Das zieht nicht! Okay, Marvin! Aha, Marvin! Aha! Wie war das mit nur... Schlagen! 1, 2, 1... Was? 4, 5... Aha! Aha! Nougat! Sieh zu jetzt! Ja, ich will doch! Nougat! 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 Alter, was bist du für ein nerviger Ficklauch eigentlich! Wie steht's denn? Wie steht's denn? Wie steht's? Steht 10 zu 6! Alter! Sieh zu 6! Ja! Sieh zu 6! Nougat! Nougat! Ja! Nicht schon wieder! Da kommt er ja endlich! Marvin! Du bist, by the way, ein Kill vorne! Ich hab jetzt einen frei! Ich hab auch noch einen frei! Jetzt hast du zwei frei! Oh fuck! Aha! Alter, wie viele Kack-Bikes hier rumliegen! Auch nicht mehr feierlich! Hallo! Easy peasy, Alter! Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Ich hab mich auch getroffen! Und noch einen treffen! Okay! Wo bleibt ihr? Come on, Baby! Los mal! Nougat! Z... Zum.. Alter, Glück gehabt! Wollen wir doch noch ein' Verpasen machen da, Alter? Ist leider SCEEZY Ist schon Casey! Hallo! Ey! Bei uns, ruhig dich! Ja! Komm' her Junge! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Nein, nee... D'at', ja, doch. Oh... Dass der der gute Schmarr ist! Hab ich dich erwischt. D'at', ja. Ares auch erwischt. Marvin tot. Rache kill sogar, Alter. Okay, ich würd sagen nur mit 20 Sekunden Vorsprung, ja? Yes. Gönn dir. Ab jetzt, das heißt 15.10 können wir losfahren. Marvin, 9 zu 8, was ist dein Begehr? Wir müssen doch gerade den Uhr abwarten. Warte, Marvin, geh mal da weg. Ich will kurz, dass du schröbert da von, von, äh... Ah, okay. Was müssen wir überhaupt machen? Ach, können wir... Leute, da geht's. Okay, jetzt geht's los. Wir können los. Ey! Junge, Ares, 4 zu 1, ne? 4 zu 1. Okay, ich lass dich passieren. Und Black Screen. Ich schwöre, der Ziegenmann wird dich heute nach T-Baggen, Alter. Du wirst richtig, mit richtig haarigen Ziegenbällen in den Mund aufwachen. Nein! Fast war ich drüben. Hallo, ey, beruhigt euch! Ey, warum? Marvin hat's verdient. Wer war das? Ares, okay, ist mir egal. Marvin hat's verdient. Ja, le pofft, der. Ich kill dich wenigstens am Anfang. Ey, ey, weg da! Hallo, hier kommt der Weg zu. Ist das euer Ernst? Wir werden da nur Fullspeed rüberfahren, Junge! Ja, Fullspeed ist schwierig. Hallo! Aber nicht unmöglich, Junge! Skillmöwe! Da hast du! Bin dir auch zu schießen. Bist du rüber gesprungen? Er ist rüber gefahren. Ich bin einfach Fullspeed rübergedingst. Aber mit Speed, du, mit Speed. Warte, halt. Oh, fuck! Ey, muss man hier nochmal machen. Wieso fahr ich aber langsam? Nein, nein! 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 Ist das dein scheiß Ernst, Junge? Ey, ich hab sogar schon den Plan gehabt, das gleich langsam zu machen. Damit ich safe rüberkomme und nicht mehr verkacke. Wie? Oh, schon wieder Fullspeed rüber. Boah, Junge. Hau! Ich bin einfach ein geiler Typ, ey. Marvin, Fullspeed, ne? Marvin, Fullspeed-Challenge. Lass mich erstmal hier testen. Lass mich testen. Ich ramm dich halt von hinten, weil du nicht schnell genug bist. Das geht nicht. Da ist nicht viel mit Testen am Start. Ey, warum rutsche ich denn hier immer runter, Junge? Ich war hier. Hey! Achtung! Alter, du hast schon wieder gewonnen, ey. Warte ich wieder auf euch. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen schlechter werden. Dann ist mir nicht so langweilig. Wenn ich jetzt aufsteige, bin ich 100 pro Tod, oder? Ich schwöre dir, ich bin hier nicht ein einziges Mal rübergekommen, dieses Ding. Dieses letzte Teil hier. Obwohl wir das da auch schon machen müssen. Okay, Aris verkackt auch. Nein. Okay, ist egal. Ich hole mein Motorrad und wenn es nicht klappt, was? Ja. Abzusehenbar. Dann respawne ich halt und fahre den ganzen Speed. Ah, okay, Nugget ist wieder hier. Wie kackt ihr denn da immer? Nein! Bei dem Teil beim Hochfahren. Aha, da wird es auch zweimal verkackt. Hä? Genau da, wo Nugget jetzt ist. Da bin ich zweimal runtergefallen. Wie macht man das denn da? Und ich weiß nicht. Ich habe da gar keine Probleme, weil ich bin da einfach rübergefahren. Nur ein bisschen Speed hier. Stellt euch nicht so an hier. Ich habe es auch Fullspeed versucht, das war mein Tod. Oh, Nugget hat es. Okay, Nugget, die hast du verkacken. Jetzt kommt Deko. Jetzt mal Fullspeed gemacht. Ey, jedes Mal, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das Ding hier machen soll, Alter. Hat mich viele Motorräder hier unten liegen? Ja, ne? Fullspeed. Ne, ich fahre jetzt langsam da hoch. Ich habe es auch ganz langsam gemacht. Warum? Ich prall einfach. Ey, Junge. Was soll ich hier machen, Alter? Ich verstehe es nicht. Nein. Ich weiß nicht, wie ich hier rüberkommen soll. Ach da. Du machst jetzt Fullspeed. Fullspeed mit High Wheelie. Ja, easy. Ne, ne, es war ohne Wheelie. Wenn du Wheelie ziehst, dann prallst du mit dem Hinterrad beim Hochspringen da an der Kante ab. Und springst extra hoch. Und springst extra hoch. Ha, Aris ist jetzt hier, versuchst keine Clip für Nuggets, oder was? Nein! Fassen Sie auf! Fahren Sie langsam! Dann schaffen Sie es auf First Try! Lalalalalala! 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 Das ist schon fast verkacklich. War schon krass aus, so. Fullspeed ohne, wie die saße. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, ja, so gut. Oh, Nugget. Weil Nugget sieht nicht so gut aus. Das war Fullspeed ohne Subi. War das verkackt? Ne. Hä? Alter, ich war das so... Dein Nugget scheint nicht zu funktionieren. Ich hab mich da vorne nochmal gelehnt. Ah, Aris Reifen zerschießen? Nein, Alter. Ja. Ernsthaft. Was für ja? Was bietest du mir, Nugget? Äh. Ey. Eine 3er Subbombe. 3er Subbombe? Alter, sowas von gekauft. Oh, verkauft, Alter, verkauft. Warte, warte, bleib stehen. Warte. Für eine 3er Subbombe? Boah, ihr verkauft euch eiskalt hinterm Wert. Marvin. Nein, nein. Wir haben dich verkauft für eine 3er Subbombe. Das machst du. Genau, wir haben dich verkauft. Und du schaffst es jetzt trotzdem. Weil ich hab dich ja nicht abgeknallt. Puh. Ich hab deine Reifen nur weggeballert. 3er Subbombe drin. Und du wirst es schaffen. Das heißt win-win. Oha, ey. Er muss runterfliegen. Das hast du nicht gesagt. Also, das schaut nicht in AGBs. Ich wollt's grad sagen. Okay, dann komm ich jetzt mal hinten und ramm dich weg. Ja, du tust doch. Deko-Try hat wieder nach vorne. So. Ey! Okay, ja zum Glück. Marvin ist noch nicht hier. Ich hab noch 2 Kills frei auf dich. Sehr schön. Oh, lol. Digga, warum? 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 Alter, Aris. Alter Schwede. So. Oh mein Gott, Alter. Warum brauchst du diese scheiß MG so lange, Alter? Hat Aris grade im Nugget eisgehalt genau vom Punkt weggeholt, oder? Ja. Genau vom Punkt, ja. Es war schon eine schmutzige Nummer, Aris. Ja, was denn? Alter, ey. Es abfeiern, wenn ich abgeballert werde von euch, ist auch so richtig. Marvin, dein Unglück, dein Unglück wächst, Marvin. Dein Unglück wächst. Ey, du wolltest dich auch gerade wegballern. Ja, aber ich hab ja auch noch 3 Kills frei. Ne, kein bisschen. Ja klar, es steht jetzt 12 zu 9. Für dich. Arex. 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 Du try-hatst uns jetzt auch nach vorne wie Deko? Ja, das ist alles. Obwohl ich war's für die ganze Zeit seit 12 Minuten hier. Egal, try-hat mal nach vorne. So. Komm du gut, jetzt. Ich hab großes Vertrauen in deine G-Taskills. Nooo! Oh, oh. Yes. Do it. Oh, oh. Kann ich noch nicht aufsteigen eigentlich? Oh. Ja. Na gut, denk an die Dreier-Sat-Bombe, ne? Die ist gekauft. Ja. Ja, kacke, ne? Egal. Egal, ja. Egal. Okay. Du hast mich nach dem Hallo. Bleib gechillt. Bleib gechillt. Ganz gechillt. Hey. Oh, oh, oh. Und er hat es. Endlich. So ist Ares jetzt komm her, ihr Ares. Hey. Sag mal so, ich habe Ares gerade im Reifen zerschossen. Ja. Er ist Reifel für euch. Ich würde euch gerne versuchen. Kann man da noch einen Burnout machen? Hey. Am Spawn darfst du mich umbringen, Deko. Nicht hier, wenn ich schon gefahren bin. Hä? Kein Stück, Alter. Das ist wieder die Logikpunk-Deko, ne? Ich bring nur am Spawn um. Ich habe zwei Kills frei auf dich noch. Hallo. Am Spawn, ja. Aber nicht während ich fahre. Hallo. Oh. Ja. Nein. Ich wollte noch ertöten, Alter. Ich wollte noch ertöten, Junge. Du bist im Punkt, beschwere dich nicht. Ja, trotzdem. Und du hast immer noch drei Kills mehr auf mich oder so. Nee, genau. Es steht 4 zu 3. Das ist wie so ein Ding. Es steht 4 zu 2 maximal. Es steht 4 zu 3. 4 zu 3. 4, 4. Ich habe mich selber auch getötet, es steht 4 zu 5. Ja, genau. Ey, wie weit willst du bitte nach vorne getryhardt? Oh, das war nicht ganz so. Nein, nein. Nuggets. Nein, Nuggets. Nein, Nuggets. Das war so knapp. Ihr müsst, by the way, die engen Ecken müsst ihr mit Wheelie machen, die schrägen gehen auch ohne. Die engen Ecken mit Wheelie? Machst du da hinten? Ja. Der Spike ist da drin, du Lachs. Ja, warum machst du sowas? Wer hat mich da drin getötet? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Oh, mit Rampe sogar. Wo geht's denn hin? Hallo. Du solltest besser zielen, wenn du Scheiße bauen willst. Wow. Och, Leute. Saftig. Komm, Nuggets. Okay, es steht 6 zu 5 für Aris. Ja, genau. Das heißt, einen habe ich noch. Du hast gar nichts. Klar. Nein. Und bei Marvin ist eigentlich, müsste ich jetzt sagen, Zeit werden Marvin zu töten. Ja, eigentlich schon. Klar, ey. Kühlig. Wir müssen doch kurz zum Punkt sein, oder? Ja. Was macht Aris überhaupt? Okay, wenn Marvin gerade so neugierig wird. Achso, hat er dich da drin umgebracht, oder wie? Warte. Deko, du musst auch schon zielen können, Bruder. Komm, ich drehe meine Kreise, ja? Ja, bewegt dich nicht so viel, Junge. Dann treffe ich auch. Versprochen. Jetzt muss ich nachladen. Ich muss nach... Hallo. Ey. Ey. Komm zurück. Ich muss nur nachladen. Ist Nuge da? Hallo? Jetzt. Ich bin hier. Ja. Au. Hallo? Hallo? Alle Spezies wieder beisammen jetzt. Ja, ganz toll. Nein, ich nicht. Nein, nein, tu das nicht. Tu das nicht. Du kannst einfach vorbei. Hallo? Fahr doch. Ey, fahr nur ein. Ich fahr auch mal durch. Achtung. Achtung. Du glaubst jetzt nicht wirklich, dass du den Punkt kriegst, oder? Ey, Junge, das war doch so einfach. Was macht ihr denn da? Ja, weil bei dir nicht acht Autoräder da drin sind. Ja, aber ich mach das ja auch nicht besser gerade. Ja, ich schaff das gar nicht mehr. Ja, ich schaff das gar nicht mehr. Ja, ich schaff das gar nicht mehr. Das ist voll. Ja. Komm, mit durch. Vielleicht könnt ihr mit einem Wheelie-Side nicht auf die Röhre drauf fahren. Oh, bin ich drauf? Oh. Ey. Es steht 14 zu 12, Aris. Ja, 14 zu 12. Ja, reicht euch jetzt, Alter. Ich brenne, ich brenne. Ja. Weg, weg, weg. Ich bin da. Ich bin da. Wer war denn da noch in der Röhre? Gib mir mein Motorrad. Komm mal da rum. Es geht, es geht eiskalt nicht. Digga, ich komm mir dieses Trauerspiel einfach von dir hinten an, Alter. Ey. Könnt ihr nicht von innerhalb der Tube mit der Alienpistole den Scheiß da rauspusten, ist gut. Pusten wie bei so einer Darmreinigung? Ja, bestimmt. Ja. Ich häng fest. Aber? Ich häng fest. Warte, ich rette dich. Ich rette dich. Also, ja, dann lass es doch so machen. Warte. Mach den Laden dicht. Mach den Laden dicht. Hey, Marvin, kommst du aber zu Fuß oben auf der Tube auch nicht hoch? Ja. Ne? Ne, ne. Ich check das jetzt. Es ist wie in der Tube. Es ist dieselbe Steigung. Ich kann mich ja hochschießen. Alle bereit? Was? Los, alle weg. Ey. Ey, ich schwörs euch, ne. Ich hab nicht mal nen zweiten Try gebraucht für die Kacke, ne. Mieser Chaco, ey. Jetzt nimm dein scheiß Bike und verpiss dich da. Das ist heide. Ey. Los, mal mit dem Beil, Alter. Los, schnell. Jetzt. Go, Digga, go. Guckt mal, wie einfach das ist. Guckt euch an, wie leicht es ist, Junge. Warte. Warte, warte, mein Motorrad. Er steht da wieder Bike rum. Warte. Nein. Warte. Warte, ich fahr wieder zurück. Warte, ich roll zurück. Ich roll zurück. Nack jetzt. Ja. Nack jetzt warte noch. Nein. Ich will's schaffen. Deswegen solltest du vielleicht warten. Digga, hau die Anhemungsmine da weg, ey. Jetzt fahr. Ja. Oh ja. Ja, genau. Warte, warte, warte. Ey. Das Motorrad ist doch da. Nein. Okay, jetzt nicht mehr. Digga, wie wir für den Punkt einfach ne Viertelstunde gebraucht haben, ne. Ja, Marvin. Gott, der wollte einfach meinen Motorrad bestimmt klauen. Ja, deswegen hab ich ihn ja weggeballert. Ey. Ja, genau. Marvin, der größte Beschützer hier. Good Guy heute wieder. So, jetzt können wir das endlich mal irgendwie hinkriegen. Das ist nicht unfaire Maßnahme, Marvin. Ja, natürlich, weil wir sind seit 20 Minuten im Sinne. Auf die Scheiße hab ich grad 20 Minuten gewartet, ja. Okay, fahr mal rein, Marvin. 20 Minuten, Marvin. Oh, oh, Hilfe. Nein. Oh, das verkannte. Oh, das war so Karma, Alter. 14 zu 12, ja. Und das ganz am Ende des Punktes sammel ich für die nächste Web. Das war so Karma, Alter. Sammel ich für die nächste. Am Ende von dem Punkt, der 30 Sekunden dauert, Junge. Bei dir. Bei uns hat der jetzt schon 20 Minuten. Ja, da kann ich ja aber nix für. Wilken. Du bist jetzt auch schon wieder durch. Stell dich so an. Ciao, Aris. Tschüü. Ach, ne, ich muss nochmal zurück. Okay, warte, wir sind jetzt ja bei Punkt 8 dann gleich, ne? Dann können wir da ja jetzt nochmal n' Skill-Duell daran machen. Was ist los mit euch? Alter, ey! Was geht ab? Killeduell, los! Killeduell! Oh, Diko, ich hab ein Grupp bei dir! Nice! Kein Stück, aber sowas! Komm, komm, komm! Jetzt nochmal richtig try out hier! Was, Black Screen? Nein! Warum bin ich jetzt so langsam für den letzten? Come on, Baby! Was, Black Screen? Nein, zu weit! Ey, was? Aris wäre fast erst durch gewesen! Nein! Aber nur fast! Hat er verkackt? Ja! Logo! Hä, warum bist du so schnell, Nugget? Oh, Junge! Schon wieder zu weit gesprungen! Ganz eindeutig! Ey! Come on, Alter! Komm jetzt! Come on! Boah, diese Black Screen! Oh! Ich hätte das schon machen sollen, bevor ihr hier wart, Alter! Nein! 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 Gehlob Sieg, Digga! Ja, genau! Gehlob Sieg! Nach Mistal! Ich baller euch mal die Röhre zu, wenn man hier schön 20 Minuten rumpippelt! Ach, geht doch, Alter! Komm! Habt ihr das jetzt alle? Ne! Ey! Ich war's so lange! Ich stand da so lange davor, ey! Ich kann dich ja noch zweimal umbringen, ey! Hä? Kein Stück! Wir sind quitt! Ich hoffe, du hast einen Black Screen, Alter! Nein! Da ist er ja schon wieder! Nein! Oh! Los! Was ist das für eine Scheiße? Das müssen wir achtmal machen, Alter! Hä? Wie rutscht man immer ab, Alter? Wie soll das gehen? Ja! Wie lange ist der Black Screen? Du auch? Ich auch noch! Ja, jetzt bin ich draus! Ey! Hau! Guck mal, einmal kein Marvin hier, ne? Digga, 10 Minuten oder was? Black Screen! Du auch? Black Screen des Todes! Black Screen! Black Screen! Lala! Ja, aber das war's! Lalalala! Das ist schon seit knapp einer Minute, Black Screen! Ich... Pass auf, gleich haben wir hier alle verkackt! Hä? Ihr seid alle weg? Ja, ich hab Black Screen! Ist echt keiner da! Äh? Lol! Nein! Ja, ich würd sagen, also GTA weiß halt einfach, wer gut ist, ne? Wow! Das ist jetzt, jetzt ist der Noob-Filter durchgedrungen! Okay, die Frage! Also, soll ich noch ein Ziel springen oder soll ich noch warten? Es hat mit mir angefangen! Ich mache Alter 4 für euch! Damals hat es funktioniert! Wir schauen mal! Vielleicht geht's dann bei euch weiter! Ich hoffe, es geht weiter! Oh, ja! Marvin hat gebremst, Alter! Ich war... Marvin hat gebremst! Schade, schade! Ihr müsst, by the way, um das zu schaffen, müsst ihr alle Dinger durchspringen, ne? Nein! Wie seid ihr da draufgekommen? Bei mir kann's jetzt immer halt, äh, Lenkrad da... Ah! Fast! Fast! Okay, es wird gar nicht so einfach! Es wird gar nicht so einfach hier! Zumindest für Leute, die mich gerade ausfahren können! Ja! 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 Skillmöwe ob siegt! Ja, ist wieder nicht gerade! Sobald ich einmal lenke, ist es vorbei! Also, es ist natürlich leichter, wenn man es hinkriegt, ohne Lenken! Aber es geht auch mit Lenken! Aber ich musste dann ziemlich viel die ganze Zeit rechts links tippeln! Das ist halt der Nachteil an der Tastatur! Okay, jetzt seid ihr beide hier! Und was ist jetzt hier? Oh! Ja, Mann! So, da runtert man! Oh! Hier gerade runter, mit Speed aber! Oh! Und gerade des Todes! 55 Minuten! Die Map hätte man ohne Jules auch in 20 schaffen können! Aus die Maus, Muchachos! Wir mussten mal Bossa rauskicken, denn der Noob-Filter wollte nicht weiterlassen! Wenn es euch gefallen hat, scheppert die Daumen nach oben! Checkt gerne die Beschreibung raus! Dann findet ihr den Link zu Nugget! Äh, zu Ares auf jeden Fall! Zu Nugget weiß ich gar nicht genau, ob wir irgendwas reinhauen! Ob wir irgendwas hat! Ihr werdet jetzt sehen! Scheppert die Daumen nach oben! Beschreibung rauschecken! Und dann bis zum nächsten Mal eingegangen! Grüße von Meko! Bye-bye! Bis zum nächsten Mal!